Und sogar Mario Cipollini, der normalerweise geschont wird, damit er in einem möglichen Endspurt noch zulangen kann, beteiligt sich an der Führungsarbeit und 1000 Meter vor dem Ziel, ist das Quartett nicht mehr beisammen. Es gibt jetzt einen lustigen Dreier, der die Tagesbeute unter sich aufteilen möchte. Aber was hier zählt, ist eigentlich der Sieg. Platz 2 und 3 sind schon uninteressant, nur der Sieger kommt normalerweise aufs Töpfchen bei Profi reinen. Christian Hoffmann hat lange von der Spitze gefahren, etwa 2, 3 Kilometer vor dem Ziel haben die anderen immer wieder nur gelauert. Und jetzt der Antritt von Andrea Tafi, der unterwegs bei den Goldsprints die beste Figur machte. Nach 500 Meter. Christian Hoffmann, der überraschend im letzten Jahr, holländischer Meister, wurde immer noch vorn. Torconi dazwischen, Burgorezi also zurückgefallen. Der Vorsprung war auf etwa 3 Minuten zusammengeschrumpft. Und dann der Antritt von Tafi, rechts auf. Aber der Holländer hält sein Rad. Nimmt noch einmal den Windschatten auf, schaut sich um, von hinten droht keine Gefahr und dann kommt sein eigener Antritt. Unglaublich nach dieser langen Führungsarbeit. Er gewinnt die Etappe vor Tafi und vor Coli. Den vierten Platz geliegt dann als Solisburger Ezi und aus dem Hauptfeld heraus eine schöne Landtagsleistung des Team Telekom. Der ist gerade für an für Olaf Ludwig, der die schiefen Sprint, also die 5. Position, sichert. Vor Museo Nelissen und Tata Feli, der Olympia-Sieger, die damit unter den Sprintkosten gespart haben. Also, sehenswerte Antritte, sowohl bei den Schrittbereitern, die wir hier noch einmal im Bild haben, in der Mitte der Sieger, links davon...